Was hab ich denn da? Da hat's bitte. Hä? Ah, das ist wieder typisch Frau. Das ist wieder typisch Frau. Was hab ich denn da wieder eingesammelt? Nee. Wir sollen hier Geisterermittlung machen und die Claudia Schuh. Ist überhaupt deine Größe? Glaub's ja wohl nicht. Oh Scheiße, ich Idiot. Egal. So was brauchen wir dann sagen. Ich hab noch 460 Dollar übrig. Oh Gott, ich hab kein Geld mehr. Geil. Oder? Pfff. Was? Du bist so verheiratet, Jerry? Dann geht jetzt alles aufs 3D-Snacken. Nee, 290. Ich hab noch. Was braucht man? Wer braucht deine starke Tasche? Alter. Alter. Wir haben die Idee gar nicht genutzt. Ich bin arme Level 3er. Ich hab gar Geld. Ich hab Level 22 und hab gar Geld. Ich sterb in letzter Zeit nur, weil ich so draufgängig bin. Ja, ist richtig. Ich mach mal Taschenlampe. Kaufen. Fotoapparat. Kaufen. Feuerzeug. Kaufen. Mh. 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 ja bei das kauf die schädel ich tue jetzt hier meine hier von den ja zeige ich dir den hier denk dir hahaha ich werf gleich mit Dosen was haben wir denn jetzt alles hör du hast mir die Dose geklaut hm 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 hey oh die Kura hoch oh 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 ich oh wir sind voll die Kraft verdient jaja wie es aus wagen Gott jetzt wollen denn hinter uns ja jawoll wählen hm 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 ich finde das ja bei dem Uwe denãz wüsstig Smith currently playing nichts das ja was Ich nehme mal die Dose mit, man weiß ja nie was für was gut ist, gell? So, ich bin bereit. Kann man Bilder malen. Oh, ich muss noch. Oh, Jerry. Bereit! Bereit! Hopp, bück dich, da ist ja die Dose. Nein, nein. Was ist gruseliger? Oh Gott, der sieht voll. Der sieht voll cool. Bück dich. Bück dich. Der sieht von der Seite leicht seltsam aus. Ich versuch's. Oh Gott, Entschuldigung. Da können wir ein T-Shirt ladeln, alles klar. Ja. Ich kann nicht bereit drücken, was ist das jetzt? Was machst du da unten? Ja, ja. Das ist einfach geschehen. Hä, warum stehe ich hier oben? Wo bin ich eigentlich? Warum stehe ich hier oben? Hä, wo bin ich? Da ist praktisch Jerry jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Du hast fast eine Schwierigkeit Profi drin, gell? Hast du deine Info noch nicht? Ich auch nicht. Weiß ich. Bist du bescheuert? Ich bin auch kein Profi. Ach, endlich Ruhe. Wir werden alle sterben. Ich hoffe, jetzt muss es klappen. Das habe ich einmal auch gehabt. Da hatte ich mal mit Sunny und Bibi gestreamt. Da war auch, da hatte ich nur den Maler drauf. Und Sunny und Bibi habe ich gar nicht gehört. Da habe ich auch gedacht, was ist das jetzt? Das hatte ich ja tatsächlich noch nie. Und jetzt habe ich es hier gehabt. Ich hoffe, dass jetzt alles passt. Gut, wenn ich jetzt Jerry jetzt nicht hören würde. Ja. Dann ist das so. Dann kann ich das nicht enden. Ja, hier mal gar nicht. Alter Schwede hier. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich höre ich auch sehr gut. Hab den Regensturm? Nein. Nein. Was brauchen wir dann alles? Foto. Scheiße. Foto, Räucherstäbchen, Geister, Events, Entdecke. Donald Miller. Oh, Donald Miller. Oh, oh. Wer schon Donald mit Vornamen heißt, wisst ihr ja bescheid, ne? Ich sag nur, ne? Ja, ist viel klar. Ja, ja, ja. Der Arme Donner jetzt. Soll ich das Buch mitnehmen? Ich hab schon nach dran gedacht. Nimm mal das Buch. Ja, nimm doch mal das Buch mit. Ja. Da hat Jerry immer noch so ein Trauma von seinem, äh, von seinem Poesiealbum. Keiner hat reingeschrieben. Keiner. Wollt ihr mich dann besser reinlassen? Äh, wo bist du? Wir warten nur drauf, dass Lautschi ins Waschbecken macht und dann können wir das fotografieren. Richtig. Er wollte mal ordentlich einen abseihen. Ja. Ich stell schon mal meinen Lieblingssender ein. Hallo, wo bist du? Wer auch immer du bist. G-Ghost... Ghost FM. G-Ghost FM. G-Ghost FM. G-Ghost FM. Hallo, you are here. Keine Ahnung, where you are, wisst. G-Ghost FM. 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 Ich bin in dem Hinten, also in dem Bordzimmer, in dem Schlafzimmer und ja. Äh. Aha. Ah ja. Hier. Aha. Hier ist der Knorra. Der Knorra. Was liegt dann? So, lass mal hier. Hallo. Ich hab aber übrigens den Fotoapparat dabei. Toll. Wer hat den von den Fotoapparat? Der Leutchen kommt einfach zu mir und sagt mir, ich hab die gar nicht. Nö, ich hab keinen. Ich hab das Buch. Ich höre auf das Waschpick. Nein. Nein. Das bin, das ist Dings. Äh. Nein, bitte. In 5er Ausschlag. Ihr könnt IMF 5 eintragen. Ah ja. Bist du hier? Bist du da? Möchtest du dich melden und uns was mitteilen? Hier. Bist du hier? Bist du ein Traum? Sitzt du im Backofen? Üb uns ein Zeichen. Das ist blöd. Oh mein Gott, der hat den Blitz hakeln lassen, hast du das gehört? Greif Jerry an. Niemals. Bist du freundlich? Ich hab hier ein Buch für dich. Ach, du hast den Vorgang, geh mal mit. Bist du erwachsen? Ich hab mal das Buch der Inklick, gell? Ich schreibe in das Buch, aber schnell. Bist du da? Ach du Scheiße, bin ich erschrocken. Rede mit mir. Oh oh. Daniel Miller, rede mit mir. Bei mir hat's keinen geflaggert. Danke. Das ist ja wieder so fettig. Das sind genau hier, in der Löcherkammer hier. Lebt ihr noch? Aber reden will er nicht. Ja, ich lebe nach. Da hinten, da wurde Knochen lang. Wo war der Knochen? Ich weiß gar nicht, wo sind die? Welcher Kammer? Ach, hier. Ach so. Da wo der Boris Becker auch drin war, weißt du? Boris. Ach, da muss ich ja mein Buch wiederholen. Ja, ich weiß nicht, aber du warst ein wenig. Oh Gott. Nein, verhört mir Köcke. Sprich mit uns. Er hat gerade getötet. Da kannst du doch ruhig mal was sagen hier. Ja, bei mir. Hast du gerade den Jerry umgebracht? Alter, der hat sich super gut versteckt an einer Wand. So gut. Der redet nix. Der ist schüchtern. Der Daniel. Also hier ist mein Schrank, ne? Also hier ist mein Schrank. Wo komm ich denn? Reden. Mein Schrank. Oh, er redet. Oh, ja. Lass mich da rein. Also hier sind auch hier. Ich meine Schrank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Daniel Miller, Daniel Miller, Daniel Miller Ach Donald, genau Entschuldigung, Donald Donald Miller Komm in das Zimmer Suchst du die hier? Ach, das ist wieder typisch Frau Das ist wieder typisch Frau Was haben wir denn da wieder eingesammelt? Nee Wir sollen hier Geisterermittlung machen Und die Claudia Schuh Ist überhaupt deine Größe? Glaubst du ja wohl nicht Aber das sind Jimmy Chus Ach jo, das sind Jimmy Chus Guck mal Ah nee Hinter mir her Wurde mich nur noch 3-2-5-Vinity ab Und die Lautschmerz... Das war's für heute. Nein! Lecker! Ach kacke! Das sieht ja auch interessant aus. Hä? Ach so gut, ich bin nach vorne gelaufen. Du wolle Hände! Was lacht ihr denn schon wieder? Ja! Ich bin ja nicht live! Ich bin nicht live! Ich bin ja 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 nicht live! Möglich ist es! Ich bin ja nicht live! 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 Ich bin ja nicht live!